Call of Duty Black Ops 3 und die NX Shadowclaw. Ich habe sie gezogen im Schwarzmarkt dank Crocs Sponsoring von 20 Euro. Also 20 Euro Call of Duty Punkten. Mega nice von ihm. Die NX Shadowclaw, wie wird sie sich spielen? Ich will ein bisschen gucken, was live mit ihr geht und ich würde euch einfach mal sagen, viel Spaß mit dem Gameplay. Und damit herzlich willkommen im Gameplay NX Shadowclaw. Alter, diese Waffe ist so geil. Die ist so fucking OP, aber man muss sie schon echt beherrschen. Aber sie ist halt einfach One-Shot. Wenn man gut mit der spielen kann, ist das einfach mega. Aber Leute, ich grüße erstmal alle, die hier in der Lobby sind. Natürlich schlubby. Alles klar. So, einfach weggerackt. Äh, schlubby grüße ich, wie gesagt. Und auch noch natürlich die anderen Gäste von heute. Sag mal, war das Gegner? Fuck! Fuck! Das war richtig beschissen. Im Wasser fliegt das Ding einfach noch langsamer. Aber so ist die Waffe mega. Und Leute, einfach jetzt, einfach, einfach volle Möhre rein. Man kann sich mit der so viel getrauen. Das ist so geil. Das ist so mega. Die ist so geil. Leute, ich bin so froh, dass ich die gezogen habe. Nochmal vielen Dank an Crocs, dass ich die ziehen durfte. Dass du mir diese PSN-Card tatsächlich... Goll, lol. ...gesponsert hast. Mega nice von dir. Mega nice. Ah, macht das Spaß. Ich will hier auch gar nicht groß was reißen. Ich will sie euch einfach zeigen. Und diese Waffe macht einfach... ...nur Spaß. Und schlubby, schlubby nimmt sie einfach und rasiert damit. Na, wie gesagt, nochmal viele Grüße an alle hier aus der Lobby. Es ist mega, dass ihr mit am Start seid. Ich liebe das. Ich zock so gerne mit Leuten aus der Community. Ich zock so gerne mit euch. Mach deiner Spaß. Alles klar. Ihr wisst, wo die Tür ist. Nein! Fuck. Warte. Alles klar. So geil. Ist das schön. Das feier ich nicht so. Die hat auch echt krasse Range. Aber ich muss auch sagen, der Standardziefer ist auch schon mega. Ich hab's jetzt einfach mal damit ausprobiert. Alter. Fuck. War das knapp. Alles klar. Leute, ich feier euch. Ihr seid mega. Kloppt da wieder ein Hater raus. Einfach so. Es ist nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Das ist so geil. Leute, die Community. Ihr seid ich. Ich zock so gerne mit euch. Das ist so geil. Lasst mir doch die Kills, Mann. Ist das mega. Ich überlege schon, ob ich eine zweite Runde dranhänge und das Ganze ein bisschen zusammencutte. Weil es einfach übel Spaß macht. Leute, es ist so geil mit euch. Alles klar. Das war knapp. Aber zum Glück haben wir ja die Shadow Cloud. Und jetzt Blitzschlag. Einfach Multikills machen. Einfach so. Hundertprozentiger Feed. Ja. Wie geil. So, jetzt dort blenden. Na. Nein. Shit. Schlabbi hat wieder ein Last Kill. Leute, mega Runde. Aber ich würde sagen, ich cutte das Ganze echt ein bisschen zusammen. So die geilsten Runden überhaupt. Wir gehen jetzt hier raus mit einem schönen 22 zu 4. Das heißt, ich cutte, wie gesagt, jetzt ein paar geiles Team mit der NX Shadow Cloud zusammen. Zweite Runde. Sehen wir uns direkt in der zweiten Runde. Was habe ich gerade gesagt? Egal. Gameplay Nummer 2. Ja. Feine Kambus. Auf ihre Ausgestattung. Nee. Nee. Oh. Kambus. Oh. 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 Nee. Nee. Beste. So. Ey. Ich habe keine Money mehr. Alles klar So, yeah Oh, geil Die Shadow Claw ist so epic Epic Epic, ne, Spur Aber man muss echt gucken, dass man mit der Munition Haushält, das ist voll lustig Weil viel hat sie nicht Einfach so Einfach überrannt Einfach komplett gefühlslos überrannt Einfach so Alles klar, ich hab mein Auto zerstört Hä? Wow, der leckt wie zur Hölle Was? Wie kann man so langen, Alter? Kauf dir mal Internet Gibt's für 6,50 auf Ebay Alles klar Es ist so armer Weil ich will doch nochmal den Talent erreichen Das wär auch mega Aber es ist auch übelst geil Die Waffe macht einfach übelst Spaß Aber man kommt halt Also ich hab's schon mal auch geschafft Auf Streak zu kommen, aber Man will das mit der Waffe gar nicht Man will einfach nur ranken Die ist so mega Man fühlt sich so fucking OP In jeder Situation It's just the feeling What allows you to be Grateful Weil dieses Alles klar Showstopper Ja, Hater Bester Mann So, okay Sehr nice Ist das geil Man kann so fucking offensiv mit der sein Okay Okay Ich bin weg Was? Nur ein? Nur eingereckt So der Mist So ein Mist Die Kacka Fuck Let's klar Das war Richtiges Aim Failing Und so So sollte es natürlich nicht aussehen Shadow Klar Ist so fucking epic Okay Es ist so krass Man kann so wirklich Einfach durchspacken Einfach Einfach immer drauf Der Rest wird schon die Waffe regeln Oh Gott Lol Ich weiß, dass hier irgendwo ein Gegner ist Ja Das kill Mega geil Wir gehen raus Mit 22 zu 2 Leute Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Das war die NX Shadow Klar Habt ihr die Waffe auch Wenn ja Dann schreibt mal euer Feedback Zu der Waffe In die Kommentare Welche Waffe habt ihr denn so aus dem Schwarzmarkt gezogen Ich weiß, das haben immer schon viele geschrieben Aber Das ist eben Typisch Schwarzmarkt Und mich interessiert Einfach Habt ihr die Shadowcar Klar Schreibt sie gesagt in die Kommentare Feedback zur Shadowcar In die Kommentare Feedback zum Video In die Kommentare Und wenn ihr Bock habt Uns zu unterstützen Dann tut das wie gesagt Nicht nur mit dem Daumen nach oben Sondern Sondern Vielleicht auch Wenn Indem ihr über unsere Einkaufslinks Von Amazon Oder MMOGA Einkauft Dazu Darüber habt ihr keinen Kostennachteil Und unterstützt uns gleichzeitig Weil wir einen Bruchteil davon abkriegen Wäre mega nice Wenn ihr das Ganze machen würdet Ja Das war es von mir Euer Monster Und wir sehen uns In dem nächsten Video Bis dahin Und Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Bis zum nächsten Mal.